Meine Traumfrau, wie sieht die aus? Ich sage immer so, optisch wie ein Model, Charakter von einer Dicken, ne? Ihr, lass mal gucken, wie die riecht. Auf jeden Fall habt ihr erstmal keine Käsefüsche, um mal positiv. Auf einen geilen Abend, Leute. Prost, Jungs. Ich habe so nase Hände, ne? Fix und fertig. Oh Gott, ich kriege ein Herz in Falsen. Jetzt bin ich noch nervöser. Ich habe so einen trockenen Mund, ey. Scheiße, ich will ja zurück. Hi. Hallo. Musst du das bei meinen Leggings richten? Ich bin so aufgeregt. Echt? Ich bin auf jeden Fall, du bist aufgeregt. Aufgeregt. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so aufgeregt war. Ich bin im Versicherungsvertrieb, im Außendienst. Ja. Ja. Hey. Genau, und meine Funktion, ich bin der Kundenberater. Schön. Und Berater meine Kunden. Ich bin 27, und du? Okay, ich bin 26. Hörst doch. Ja, passt aber, oder? Ich habe kein Wort. Ich habe schon was mitgebracht. Was ist das? Ein Schal? Ein FC-Schal, weil jeder Kölner ja mit FC verbunden ist. Okay. Einfach cool, locker rüberkommen, aber genau das hat nicht geklappt. Und es auditorium, jetzt verundetät. Ich bin dran.